Auch am Mittwoch erwartet die Region wieder viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages von morgendlichen 19 auf hochsommerliche 32 Grad an. Nachmittags ziehen dann vermehrt Wolken auf, die auch in der 18 Grad warme Nacht nicht verschwinden. Am Donnerstag bleibt der Tag mit Werten zwischen 18 und 28 Grad warm, auch wenn gegen Nachmittag leichte Regenschau vorhergesagt sind. Die Sonne begleitet uns nicht in das Wochenende, denn am Freitag wird mit bedecktem Himmel und Regen bei 24 Grad gerechnet. Am Samstag beschert uns die Sonne aber wieder eine Höchsttemperatur von 27 Grad.